Ich habe vor zwei Jahren einen Social Non-Profit gegründet. Da kommt es eben häufig vor, weil ich früh los muss, dass ich noch ein bisschen früher aufstehe. Und weil es in Berlin ziemlich lange, ziemlich kalt und grau ist, sitze ich dann halt auf meinem Rollentrainer. Da ist es immer wieder einfach schön in die Heimat zu kommen, ins Greichgau. Meine Lieblingsradstrecke abzutreppeln, die fängt hier in Bad Schönborn an, geht dann über Östringen den Schindelberg hoch. Das ist immer herrlich. Im Alltag und vor allem in meiner Arbeit mit Menschen kommt nicht immer das raus, was ich reinstecke. Beim Sport ist es ganz anders. Da gilt Input ist gleich Output. Ich gegen mich. Was mich pusht, weiterzumachen, ist das Ergebnis. Dass ich am Ende sagen kann, ich habe einfach mein Bestes gegeben, ich habe alles gegeben und dann auch mit mir zufrieden sein kann. Es fühlt sich gut an, heimzukommen. Es ist Heimat für mich. Es ist schön hier und das schätze ich immer wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.